Wir sind noch immer hier in Flamington und ja, wir müssen noch die Frakturstation des Patienten machen für unseren zweiten Stern. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Warum behandeln Sie bei denen? Bam. Dann am Boden? Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Drei Patienten haben eine Frakturstation. Noch drei? Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. So. Tschüss. So. 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 Ein Arzt wird in der Tucherei verlangt. So ist es wichtig. So ist das wichtig. So schön. Haben wir nämlich hier auch gleich Toiletten? Das ist nicht so. Ich habe einen Kaffee. Ich habe einen Kaffee. Das ist nicht so. Ich habe einen Kaffee. 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 Wir vermissen einen Arzt. Ich habe einen Kaffee und ich habe wieder benutzt. Ich habe einen Kaffee. Auch immer lämedi sieht man auch gut aus. Ich habe einen Kaffee durch. Schauen wir mal. Oh, ein Zimmer? Oh, da kommen wir noch hin. Kratenpfleger zur Farbtherapie bitte. Oh, da kommen wir noch hin. das ist absolut nicht schön gebaut wieder aber wir haben versucht den start hinzubekommen und das ist so ganz schön nicht mehr für die flüssigkeitsanalyse wird ein krankenpfleger benötigt ich werde diese woche das museum für alte steine in situationen ich hoffe wirklich dass man dort die vielen falsch ausgezeichneten geoden mittlerweile endlich korrekt ausstellt apropos museum ich denke der nächste song wir haben alle gute einnahmen und 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 Weitere Bildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. So. So, das sollten wir auch gleich haben mit der Fraktion. Mit der Fraktion, mit der Fraktur. Wir bitten Sie bei verdächtigen Gerüchen, das Formular 37b auszufüllen. Ist aber nicht erfolgreich geheilt worden, leider. Ein Hausmeister wird um die Reparatur des Herzrasers gebeten. So. 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 da noch rein so 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 Ich bin so schön. Ich bin so schön. Ich bin so schön. Das war's für heute. Dato? Viel los auf jeden Fall. Die heilt sich. Arke Dinge. In der heutigen Ausgabe von Bickleworths Bewertungen nehme ich mir den exklusivsten Nachtclub von Crockelby vor, das Cooper Banana. Zumindest dachte ich, dass es exklusiv wäre. Ich erwartete Klasse, Eleganz und eine loungige Jazzband. Stattdessen traf ich auf einen Haufen jugendlicher und verschwitzter Nachtschwärmer, die sich zu gottlosem Lärm die Glieder verrenkten. Ich werde diesem Etablissement nie wieder einen Besuch abstatt. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. ... Udruf Das war's für heute. Hausmeister zur Geisterentsorgung, bitte.